Ela K. liest für euch Harry Potter Fan Fictions. Viel Spaß! Fall 6 Lebendige Vergangenheit Teil 1 Anmerkung der Autorin Hallo meine Lieben, zum heutigen Fall. Triggerwarnung, Mobbing. Teil 1 dürfte weniger triggern. Es gibt hier nur einen ganz kleinen Teil, der relativ gut übersprungen werden kann. Teil 2 wird es zwar etwas häufiger sein, doch da es dafür eine Lösung in der Geschichte gibt, kann es bei gutem Zustand ebenfalls gelesen werden. Natürlich werde ich auch dort die triggernen Teile markieren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und genießt die schönen Sonnentage. Eure Feria Wales, Herrenhaus der Familie Malfoy Geiselnahme in Gringotts Wie wir von Harry Potter persönlich erfahren haben, kam es gestern am frühen Morgen in der Zaubererbank zu einem Zwischenfall mit fatalen Folgen, bei dem über 70 Kobalte und mehrere Menschen in der Bank eingeschlossen wurden. Nachdem der Kobold Hugrog an Granutschak erkrankte, eine Krankheit, die magische Wesen befällt, wenn sie längere Zeit in schlecht belüfteten Höhlen leben, zerbrach sein Verstand zusehends. Mehr zur Krankheit auf Seite 3. Er begann Dinge zu vergessen, litt unter Halluzinationen und Verfolgungswahn. Wie wurden Brock, der Leiter von Gringotts, uns mitteilte, sollte er am Tag der Geiselnahme vom Dienst befreit werden und drehte völlig durch. Er stahl Sprengkugeln aus dem Lager, sperrte einen Großteil der Kobolde in einem Raum ein und sprengte danach den Eingangsbereich, wo er den Rest von uns bedrohte. Kopfschütteln schob Draco den Artikel von sich. Er hatte bisher noch keine Zeit gehabt, ihn gründlich zu lesen, da er seit einer Woche nicht mehr zu Hause gewesen war. Auf der Arbeit hatte er mit der Nachbearbeitung des Falls so viel zu tun, dass er den Artikel nur hatte überfliegen können, und Harry hatte keine Zaubererzeitungen abonniert. Es ärgerte ihn noch immer, wie sie den Fall hatten abschließen müssen, aber er wusste auch, dass sie richtig gehandelt hatten. Selbst mit der derzeitigen Darstellung der Fakten, und anders hätten sie es wegen der Zeugen nicht hinbekommen, waren es schwere Tage gewesen. Und doch musste er auch schmunzeln. Bestimmt war es Hermine gewesen, die den Kobold Granutschak andichtete. Es war eine gute Ausrede für dessen Verhalten, und lenkte gleichzeitig die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Erkrankung. Eine Krankheit, unter der in erster Linie Kobolde litten, weil sie zu wenig Zeit im Freien verbrachten. Viele von ihnen isolierten sich völlig, um keinen Kontakt zu Zauberern haben zu müssen. Energisch ließ er die Zeitung ins Nebenzimmer schweben und sich einsortieren. Er hatte genug von diesem Fall. Zumindest für heute. Schnell drehte er sich um und ging ins Schlafzimmer hinüber. Mit einem warmen Gefühl in der Brust blieb er stehen und musterte den schlafenden Harry. Es war das erste Mal seit Wochen, dass dieser wieder bei ihm übernachtete. Da der andere ihm gestanden hatte, wie unwohl er sich in Dracos Zuhause fühlte, hatte dieser ein paar schmerzhafte Veränderungen in seinem Schlaf- und Esszimmer vorgenommen. Die Räume also, in denen sein Partner hauptsächlich Zeit verbrachte. Ein neues und völlig anderes Bett, neue Schränke, Teppiche, Vorhänge und Kunstgegenstände. Natürlich spiegelte es noch immer seinen eigenen Geschmack wider, aber zumindest dürfte Harry dabei nicht mehr an Astoria denken. Tief durchatmend ging er zum Ankleidezimmer hinüber. Ihm wäre nie in den Sinn gekommen, dass ausgerechnet das Schlafzimmer für Harry ein Problem darstellen könnte. Gerade dort hatte er schließlich recht unangenehme Stunden verbracht, die so gegensätzlich zum Liebesspiel mit Harry waren. Er seufzte. Astoria. Seit der andere über sie gesprochen hatte, musste er wieder öfter an sie denken. Nie hätte er zu träumen gewagt, er könnte glücklicher werden, als er es mit ihr gewesen war. Und doch war es eingetreten. Er verstand jetzt erst den Unterschied zwischen Liebe und Liebe. Behutsam griff er nach einer blauen Robe mit silbrig-weißen Abschlüssen und dem Emblem seiner Familie. Sie hatte es damals für ihn anfertigen lassen. Sie waren beide die Kinder ihrer Herkunft und Erziehung gewesen. Rational, gefasst, höflich und sich ihrer Rolle in der Gesellschaft bewusst. Die Gefühle wurden unterdrückt, vor allem von seiner Seite aus. Astoria selbst schien tatsächlich so ruhig und introvertiert zu sein, wie sie sich gegeben hatte. Weil ihm plötzlich die Augen feucht wurden, schob er die Robe wieder zurück. Er sollte wohl tatsächlich mit vielem aus diesem Haus abschließen. Es waren meistens gute Zeiten gewesen und er hatte dadurch einen Sohn bekommen, den er für nichts auf der Welt eintauschen würde. Doch er musste nach vorne sehen, endgültig. Schnell zog er eine dunkelrote Robe hervor, eine Farbe, die er so gut wie nie trug, und suchte die passenden Accessoires zusammen. Als er wieder das Schlafzimmer betrat, war das Bett leer. Dafür hörte er Wasser rauschen. Die Versuchung war groß, schnell zu Harry hineinzuschlüpfen und die Dusche gemeinsam zu beenden. Gab es etwas Besseres als einen Quickie am Morgen? Allerdings wäre die Ministerin alles andere als begeistert, weil er so bestimmt zu spät zu ihrem Treffen kommen würde. Einen Augenblick lang zögerte er noch. Es war einfach schön, Harry wieder in seinem Haus zu haben. Dann straffte er allerdings die Schultern. Er hatte eine Verpflichtung. Das Vergnügen musste warten. Entschlossen öffnete er die Tür, bewunderte Harrys einladende Rückseite und wäre fast wieder schwach geworden. Der Gedanke an die Ministerin ließ ihn schließlich rufen, »Bis später, Schatz!« Bevor Harry Zeit zum Reagieren hatte, drehte er sich um und ging. Puh, gerade noch geschafft. Hätte Potter sich umgedreht, wäre er bestimmt geblieben. Mit schnellen Schritten eilte er auf die Haupttreppe zu und wollte schon einen Fuß auf die erste Treppenstufe setzen, als sich zwei nasse Arme um ihn schlangen. Geschockt stieß er einen kleinen Schrei aus, blieb jedoch stehen. Schon presste sich ein feuchter Körper von hinten an ihn. »Putter!«, keuchte er ungläubig auf. »Dein Ernst?« Die Antwort bestand nur aus einer Hand, die zielstrebig seinen Körper hinabglitt. Ihm wurde heiß, sein Puls beschleunigte sich rasant. Er hörte ein Keuchen hinter sich. Warmer Atem streifte sein nacktes Ohrläppchen. Sein Herz schlug noch schneller. Eine von Harrys Händen strich über den nassen Stoff seiner Robe, berührte ihn überall, während die zweite Hand sich zwischen seinen Beinen zu schaffen machte. Er stöhnte auf. »Verdammt!«, er würde doch zu spät kommen. Dann dachte er nicht mehr. Hinter ihm drängte der andere sich dicht an ihn, ein fester, starker Körper. Beide keuchten sie, sogen Luft ein und bewegten sich gemeinsam. Geräusche, Gefühle und Wahrnehmung verschwammen, erreichten ihren Höhepunkt und ließen ihn ermattet zurück. Schwer lehnte er sich an Harry, rang nach Atem. »Du weißt schon, dass du verrückt bist, oder?« keuchte er schließlich. Ein leises Lachen. »Tja, was soll ich sagen? Ich habe da so eine kleine Schwäche für jemanden. Vielleicht kennst du ihn ja. Ein blonder Kerl, der mich schon in der Schulzeit in den Wahnsinn getrieben hat. Kann ziemlich unhöflich sein, weißt du. Geht einfach, ohne sich vernünftig zu verabschieden. Ein Verspielter bis in sein Ohrläppchen und eine kräftige Umarmung. »Du hast echt ein Rad ab!« lachte Draco, drehte den Kopf nach hinten und zog Harrys Kinn zu einem Kuss heran. »Eigentlich wollte ich genau das vermeiden. Hermine wartet bestimmt schon.« »Ach«, knabberte Harry an seiner Unterlippe. »Schieb die Schuld einfach auf mich, dann wird sie dir schon verzeihen.« Kopfschüttelnd löste Draco sich von ihm, musste aber wieder lachen. »Du bist auch schuld, Harry!« Sein Gegenüber zuckte die Schultern, bevor er ihn eingehend musterte. »Ich habe deine Robe ruiniert. Tut mir leid.« Draco seufzte und hob den Zauberstab. Nach Reue sah Harry so gar nicht aus. Doch zu seiner eigenen Überraschung kümmerte es ihn genauso wenig. Dafür hatte es ihm viel zu gut gefallen. »Englisches Zaubereiministerium, Büro der Ministerin.« Er klopfte an der Tür. »Herein!« Ein tiefes Durchatmen und er drückte die Klinke hinunter. »Guten Morgen!« »Guten Morgen, Draco!« entgegnete die Ministerin ruhig und blickte ihn abwartend entgegen. »Entschuldige die Verspätung. Mir ist ein Malheur mit der Robe passiert und ich musste mich umziehen.« Das war im Prinzip ja auch keine Lüge. »Nimm bitte Platz!« meinte Hermine bloß und deutete auf einen von zwei Stühlen, die vor ihrem Schreibtisch standen. Draco wurde mulmig zumute. Seine Gedanken überschlugen sich. Hatte er etwas falsch gemacht? Würde er mal wieder versetzt werden? Wusste Harry davon? »Ich hätte gerne mehr Zeit gehabt, um dich auf das kommende Gespräch vorzubereiten. Aber es ist, wie es ist.« In Draco spannte sich alles an. Er hatte sich gerade so gut gefühlt. Vielleicht war es auch zu viel verlangt, einen tollen Mann und einen tollen Job zu haben. Bevor er etwas sagen konnte, sprach sie weiter. »Hör zu, Draco! Wenn der Kollege kommt, werden wir dir ein Angebot unterbreiten. Du sollst nur wissen, dass du dich völlig frei entscheiden kannst. Und ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn du Nein sagst. In Ordnung?« Er war dabei gewesen, seine Gefühle zu verschließen und starrte sie nun irritiert an. »Wie bitte?« »Ich möchte dir und dem Kollegen nicht alles zweimal erzählen. Aber ich habe einen Fall für dich, den du frei annehmen oder ablehnen kannst. Es wird keinerlei Konsequenzen für dich haben, wenn du dich dagegen entscheidest. Ich würde es verstehen. Okay?« Es klopfte an der Tür. Die Ministerin sah ihm eindringlich in die Augen, bevor sie »Herein!« rief. Die Tür schwang geräuschlos auf. »Guten Morgen!« wünschte ihnen ein weißhaariger Mann mit schulterlangen Haaren und einem Bart bis zur Brust. Draco kannte ihn gut. Es war der Finanzminister. Er hatte einige Jahre in seiner Abteilung gearbeitet und war gut von ihm behandelt worden. Außerdem hatte ihm die Arbeit solchen Spaß gemacht, dass er schnell zum besten Mitarbeiter aufgestiegen war. Leider hatte er damit die Eifersucht seiner Kollegen geweckt und musste so lange üble Streiche und heimliche Beschimpfungen ertragen, bis er um seine Versetzung bat. »Sier!« Er sprang auf und schüttelte die Hand des Älteren. »Mr. Malfoy, wie geht es Ihnen?« Nach einem kurzen Austausch von Höflichkeiten kamen sie auf den Grund des morgendlichen Treffens zu sprechen. »Es geht heute um Folgendes, Draco!« begann die Ministerin. »In zwei Wochen werden einige Abgeordnete aus verschiedenen Ländern mit mir eine Begehung im Half-Juman Village machen. Ich möchte Ihnen damit zeigen, wie ein solches Dorf genau organisiert ist und welche Sicherheitsnamen für die Bewohner und Außenstehende getroffen wurden.« »Das klingt gut!« Sie nickte, lächelte und fuhr fort. »Zu diesem Anlass habe ich einige spezielle Umhänge anfertigen lassen, die die Sicherheit der Besucher zusätzlich steigern sollen. Eigentlich sind die Dörfer sicher genug. Da es aber zu diesen Zwischenfällen in den anderen Dörfern gekommen ist, machen sich manche der Abgeordneten Sorgen. Daher versprach ich Ihnen eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme.« »Okay«, entgegnete Draco mit gerunzelter Stirn. »Die Umhänge wurden vor zwei Tagen geliefert und sind gestern plötzlich verschwunden. Sie müssen sich aber noch irgendwo im Ministerium befinden, weil sie nur in ihrer Transportkiste hinausgeschafft worden sein können, ohne Alarm zu schlagen.« »Verstehe«, murmelte Draco, »und die Kiste selbst hätte zwingend das Postsystem passieren müssen.« Die Ministerin klopfte mit der Rückseite ihrer Feder auf den Tisch. »Ganz genau!« »Hätte man die Kiste kleiner zaubern oder sonst wie manipulieren können?« »Nein, es war eine Standard-Transportkiste. Du kennst ja die Zauber, die auf ihnen liegen. Sie sind mit dem Sicherheitssystem des Ministeriums loslückenlos abgeschafft. »Hm, na gut, wie kann ich da helfen?« Ein langer Blick traf ihn. »Das wird keine einfache Sache, Draco. Du wirst ohne Harry ermitteln müssen und ohne Aufsehen zu erregen.« »Aha«, sagte er nur und blickte zum Finanzminister hinüber. »Was hatte dieser mit der Sache zu tun?« »Der Punkt ist der. Diese Kiste ist nicht aus Zufall verschwunden. Wer auch immer dahinter steckt, möchte bestimmt nicht, dass sie so schnell gefunden wird.« »Glaubst du etwa, man versucht, den Besuch im Dorf zu verhindern?« »Ja, das glaube ich in der Tat«, nickte sie. »Man wird sie wohl erst wieder auftauchen lassen, wenn der Besuchstermin versprochen ist.« »Bei allem Respekt«, sagte Draco vorsichtig, »es ist nur eine Kiste mit Umhängen. Wieso bestellst du nicht einfach neue?« Die Ministerin seufzte. »Ach, diese Umhänge sind Spezialanfertigungen und einzigartig. Sie sind nicht in dem Sinne besonders wertvoll, aber ihre Herstellung braucht Wochen. Man sagte mir, dass sie keinesfalls rechtzeitig fertig werden würden.« »Verstehe«, murmelte Draco, »dann werde ich sie wohl finden müssen.« Ein Räuspern von Hermines Seite ließ ihn sie genauer ansehen. Sie sah unbehaglich drein. »Es gibt also einen Haken?« Er hob eine Augenbraue. »Kommen Sie hier ins Spiel, Sir?« »In der Tat«, nickte der Finanzminister ihm zu. »Solange Sie offiziell für die Aurorenzentrale tätig sind, werden Sie nicht ohne Verdacht zu erregen im Ministerium auf die Suche gehen können.« »Deshalb müsste ich dich zum Finanzwesen versetzen«, fiel die Ministerin ein. »Deine Verbindung zu Harry und deine Arbeit in letzter Zeit wird zwar trotzdem für etwas Misstrauen sorgen, aber dies könnte sich legen, wenn wir Gerüchte über ein Zerwürfnis streuen.« »Wie bitte?«, vergaß Draco seine übliche Selbstbeherrschung und schoss vom Stuhl hoch. »Warum kann nicht jemand anderes den Job machen?« Natürlich wusste er, warum. Zwar war die Finanzabteilung bekannt dafür, ihre Nase in absolut alles zu stecken, doch die Fähigkeiten der Mitarbeiter beschränkten sich auf Abrechnungsfehler. Sie beurteilten bloße Fakten. Deshalb fehlte es ihnen an Erfahrung, Menschen zu lesen, Spuren zu finden und zu bewerten, sowie daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mit seiner Mitarbeit stiegen die Chancen erheblich. »Sollten Sie nicht einwilligen, werde ich Kensten an den Fall setzen. Sie hat einen scharfen Verstand. Vielleicht findet sie etwas heraus.« Draco stöhnte innerlich. Das Mädchen hatte ihm damals ernsthafte Konkurrenz gemacht, aber sie hatte absolut keine Erfahrung in Aufspür- und Tarnmagie, hatte gleich nach Hogwarts im Ministerium angefangen. Und außerdem hatte sie inzwischen eine kleine Tochter. Das konnte er ihr unmöglich zumuten. »Ja, na gut, ich mach's aber...« Er sah entschlossen von einem zum anderen. »Harry wird eingeweiht und ich brauche mehr Informationen.« »Selbstverständlich,« entgegnete die Ministerin sofort. »Das steht beides ganz außer Frage.« Er hasste jeden Schritt, den er mit seiner Aktentasche in dieses Büro hineinmachte. Nur zu gut konnte er sich noch erinnern, wie er Jahr für Jahr die Abteilung gewechselt hatte, immer mit seiner Aktentasche unter dem Arm, die seine ganzen Besitztümer für seine Arbeit enthielt. Sein Magen schmerzte. Er musste sich anstrengen, um den Mund zu öffnen. Sein »Guten Morgen« klang recht hölzern. »Malfoy«, drehte sich ein Mann zu ihm, der ihm früher die meisten Streiche gespielt hatte. »Was willst du hier? Arbeitest du nicht für deinen...« Er stockte. Anscheinend wagte er es nicht, über Harry zu spotten. »Hast du dich mit deinem Schatz gestritten?« fragte er schließlich und lachte verächtlich. »Ha, er hat wohl die Nase voll von dir, so wie alle anderen auch. Und jetzt kommst du wieder zu uns gekrochen?« Etwas in ihm zitterte. Er fühlte sich plötzlich so hilflos wie früher. Kein Ton entkam seiner Kehle. Schnell machte er einen Bogen um den Mann herum und ging auf das Chefbüro zu. Hinter sich hörte er verächtliches Gelächter. Es kostete ihn, seine ganze Willenskraft in gemäßigtem Tempo weiterzugehen. Er klopfte. »Guten Morgen, kommen Sie herein!« begrüßte ihn der Finanzminister. »Setzen Sie sich!« Mit wackeligen Knien ließ Draco sich auf den angebotenen Stuhl nieder. »Fangen wir gleich an. Ich habe Ihnen pro Forma einen Schreibtisch zugeteilt. Ihn hinten neben Kensten. Tun Sie so, als wäre es tatsächlich der Ihre, auch wenn Sie sich nur selten hier aufhalten werden.« Ein dicker Aktenordner wurde ihm gereicht. »Ich übergebe Ihnen offiziell die Überprüfung der Büromittel und Sonderposten. Sie wissen sicher noch, dass die Abrechnungen vor zwei Tagen fällig waren. Damit sind Sie in der perfekten Ausgangslage, absolut jede Abteilung zu überprüfen. Sie können sich zur Not jeden Raum zeigen lassen und jeden öffentlichen Schrank inspizieren unter dem Vorwand.« Draco fiel ein. »Ich würde Abrechnungen und tatsächlich Anschaffungen vergleichen.« »Genau!« nickte sein Gegenüber. »Ich habe Sie vermisst, Mr. Malfoy. Sie waren so gut in Ihrem Job. Ich wette, dass Sie das Abrechnungssystem bis heute noch in- und auswendig kennen.« »Ja, Sir«, musste Draco verlegen, gestehen. »Ich arbeite nur noch nach Ihrer Methode.« »Das habe ich mir gedacht«, lächelte der Finanzminister ihm wohlwollend zu. »Man merkt es der Aurorenzentrale an. Ihre Anwesenheit hat dort wohl einiges in Bewegung gesetzt.« Doch gleich darauf wurde seine Miene wieder ernst. »Zurück zu Ihrer eigentlichen Arbeit. Sie wissen, dass Sie sich während Ihrer Ermittlungen nicht bei der Ministerin, Ihren Aurorenkollegen oder Mr. Potter melden dürfen. Auch nicht privat. Es besteht jederzeit die Gefahr, dass Sie dabei gesehen werden und es weitererzählt wird. Sie sind schließlich inzwischen berühmt.« Er machte eine Pause und sah ihn besorgt an. »Zu mir halten Sie aber bitte den Kontakt und berichten regelmäßig über Ihre Fortschritte. Da ich Ihr offizieller Chef bin, wird das niemanden wundern. Auf diese Weise kann ich Sie auch decken, wenn es Beschwerden von Abteilungsleitern geben sollte.« Er beugte sich ein Stück vor, blickte ihn eindringlich an. »Wie Sie bei Ihrer Arbeit vorgehen, liegt Ihnen selbstverständlich frei. Aber begeben Sie sich bitte nicht mutwillig in Gefahr.« Äußerlich die Ruhe selbst nickte Draco. Ihm war ein wenig mulmig zumute. Er würde also zu fast keinem der Menschen Kontakt haben können, die für ihn am wichtigsten waren. »Je schneller du den Fall aufklärst, desto schneller kannst du sie alle wiedersehen.« sprach er sich selbst Mut zu. »Wo fange ich an?« »Sehen Sie in den Ordner. Dort hat die Ministerin die Spur verloren.« Diese Abteilung gehörte nicht gerade zu seinen Favoriten, obwohl man ihn hier nie besonders schikaniert hatte. Doch wenn er auch Quidditch liebte, kam er mit der lässigen Führungsweise und den Charakteren hier weniger klar. Viele alte Sportlegenden hatten in dieser Abteilung ihren Platz gefunden. Leider hatten sie mehr Spaß daran, Bälle über den Flur zu werfen und sich über Sport zu unterhalten, als sich tatsächlich um Verwaltungsaufgaben zu kümmern. Kein Wunder also, dass er auch in dieser Abteilung früher die Abrechnung übernommen hatte. Schon im Flur rückte er Postergrade und entfernte Kaffeeflecken, als er mit energischen Schritten auf das Großraumbüro zuging. »Draco, altes Haus!« wurde er von einem Mann an der Tür begrüßt und musste ein Schulterklopfen über sich ergehen lassen. »Na, sieh mal einer an!« erhob sich ein anderer und gesellte sich zu ihnen. »Du hier? Ist es wahr, dass man dich wieder zum Finanzwesen versetzt hat? Schwierig, wenn es mit der Beziehung nicht geklappt hat, oder? Hatte ich auch schon mal. »Wen haben wir denn da?« sagte eine Frauenstimme. Die Leiterin, Roxanne, kam auf sie zu. Bei ihr hatte Draco schon früher nie gewusst, woran er war. Sie war eine ehemalige Hufflepuff, doch seiner Meinung nach hätte sie wohl eher nach Slytherin gehört. Sie passte ihr Verhalten ganz an die eigenen Bedürfnisse und Ziele an. Mal konnte sie freundlich und unterstützend sein, und im nächsten Moment ließ sie einem über die Klippe springen, wenn man ihr im Weg war. »Madam Howard?« entgegnete er höflich. »Ich bin im Namen der Finanzprüfung hier. Büromittel und Sonderposten, Sie kennen das ja.« Kurt zuschte Ärger über ihr Gesicht. Wenn sie so wie früher arbeitete, wurde sie häufig überprüft. Gut für ihn. So war sein Aufenthalt hier keine allzu große Überraschung. »Folgen Sie mir!« sagte sie kühlschwang das lange blonde Haar zurück und kehrte ihm den Rücken zu. Sie führte ihn in genau dieselbe Ecke, in die sie ihn schon in der Vergangenheit verbannt hatte, und deutete auf einen wackeligen Stapel Ordner. »Ich bin damit noch nicht ganz fertig geworden. War viel zu tun. Also müssen Sie sich durchwurschteln. Tut mir leid!« fügte sie mit einer reumütigen Miene hinzu, was Draco ihr jedoch nicht abnahm. »Danke!« nickte er lediglich und setzte sich an den schmalen Tisch. In ihm kribbelte alles. Dieses Büro war so unordentlich, schlimmer als früher. Da war er sich ziemlich sicher. Andererseits hatte er damals noch nicht mit seiner zwanghaften Ordnungsliebe zu kämpfen gehabt. Er schluckte. Seine Arme schmerzten, weil er sich schon so lange zurückhielt. Nichts wollte er lieber, als seinen Zauberstab zu schwingen und dieses Büro auf Vordermann zu bringen. Schweiß brach ihm aus. »Denk an deine Arbeit!«, beschwor er sich selbst. »Die Abrechnungen! Konzentrier dich auf sie und blende alles andere aus!« Seine Augen wanderten über den Stapel. Mindestens da würde er Ordnung schaffen müssen, sonst würde er komplett verrückt werden. Und so machte er sich ans Werk. Er hatte acht Stunden am Stück gearbeitet. Sein Rücken schmerzte. Er versuchte, seine Schultern zu kreisen. Das Büro lehrte sich so langsam. Es war ihm tatsächlich gelungen, seine Umgebung völlig auszublenden. So sehr war er mit den Akten beschäftigt gewesen. Doch nun, da sie in perfekter Symmetrie vor ihm lagen, nahm er wieder das schiefe Poster wahr, das in seiner Richtung hing. Sicher würde es niemand stören, wenn er es gerade rückte. Er hob den Zauberstab. In den Unterlagen hatte er nichts über die verschwundenen Umhänge gefunden. Nicht weiter vom Wunderlich hatte die Ministerin doch die Spur von der Transportkiste hierher verfolgt. Er musste sich also in den Räumen umsehen, wofür er wiederum eine gute Begründung brauchte. Ein Hauch von Genugtuung verspürend erhob er sich. Er hatte einen Grund gefunden. Mehrere sogar. Früher hatte Madame Howard ihm ihre Fehler unterschieben können, aber dieses Mal war sie ganz allein verantwortlich. Prüfend blickte er sich um. Das Büro war fast leer. Nur zwei der Kollegen saßen brütend über ihren Berichten. Er würde mit den Schränken anfangen. Zwar hielt er es für unwahrscheinlich, dort fündig zu werden, doch sah es so glaubwürdiger aus. Außerdem wollte er seine Arbeit fürs Finanzwesen genauso tadellos ausführen, wie er es früher getan hatte. In aller Seelenruhe ging er hinüber zum ersten Schrank und öffnete ihn. »Was machen Sie da?«, fragte jemand plötzlich neben ihm. Wenn er nicht so unter Anspannung gestanden hätte und auf jedes kleinste Geräusch Acht gegeben hätte, wären ihm die verstohlenen Schritte entgangen. So jedoch wandte er sich scheinbar unbeeindruckt dem jungen Mann zu. Er war neu in der Abteilung. Draco kannte ihn nicht. »Ich überprüfe die tatsächlichen Ausgaben mit denen in den Unterlagen.« Entgegnete er gelassen und wandte sich dann wieder dem Schrank zu. »Dürfen Sie das überhaupt? Muss die Chefin dafür nicht anwesend sein?« Der junge Mann beugte sich näher zu ihm und ein starker Geruch strickte Draco in die Nase. »Was war das nur?« Er hatte es schon bei anderen muggelstämmigen Zaubern gerochen. Sie nahmen es, wenn sie krank waren. Diesmal sah er ihn gar nicht weiter an, zählte lediglich die Pergamentrollen durch. Danach notierte er die Zahlen. Weil der Junge nicht verschwand, meinte er trocken, »Natürlich darf ich das, sonst würde ich es ja nicht tun. Ich mache meine Arbeit. Und du? Schon fertig?« »Äh, äh, nein,« stammelte der Gefragte und lief rot an. »Ich sollte wohl weiter arbeiten.« »Gute Idee,« nickte Draco abwesend. Er zählte die Blätter durch. Der Junge schien unschlüssig, stand ein paar Sekunden länger neben ihm und entfernte sich schließlich wieder. Erleichtert atmete Draco durch. Er konnte wirklich keinen Schatten brauchen. Vor allem nicht, wenn er in die Abstellkammer ging. Laut der Abteilungsleiterin war der Schlüssel zu eben jener verschwunden und diese zusätzlich mit langwierigen Zaubern geschützt. Angeblich, weil dort einige unkontrollierbare Klatsche eingesperrt worden waren. Die Ministerin hatte gegenüber Madame Howard keinen plausiblen Grund anführen können, weshalb sie dort hinein musste, weshalb es nun Draco oblag, dort nach Spuren zu suchen. Zwei Stunden und etliche Doppelzählungen später war auch die letzte Person aus dem Büro verschwunden und so konnte er sich endlich an die eigentliche Aufgabe machen. Wie sich herausstellte, hatte Madame Howard in einer Sache nicht gelogen. Das Schloss war sehr gut geschützt. Er seufzte auf. Dies würde erneut Stunden in Anspruch nehmen. Endlich drückte er die Klinke hinunter, öffnete die Tür nur einen Spalt weit. Auf einen Klatscherangriff konnte er gut verzichten. Aber alles blieb ruhig. Protego! Schwang er trotzdem seinen Zauberstab, während er gleichzeitig die Tür aufriss. Nichts geschah. Lumos! Für eine Abstellkammer war es hier ganz ordentlich. Suchend blickte er sich um. Gleich darauf blieben seine Augen an einigen Transportkisten hängen. Sollte er etwa schon fündig werden? Trotzdem bewegte er sich nur langsam auf die Kisten zu, sondierte die Umgebung nach Fallen. Nichts! Endlich, am Zielort angekommen, ging er in die Hocke. Es handelte sich auf jeden Fall um drei Standardkisten. Aber war auch die richtige darunter? Schon wollte er die Kisten berühren, als ihm einfiel, dass auch auf diesen Sicherheitszauber liegen konnten. Und so prüfte er sie ebenfalls. Interessant! Ein Brandmarktzauber! So würde man die Person erkennen können, die sich an den Kisten zu schaffen gemacht hatte. Die Aufhebung war ein Kinderspiel. Und dann, um 21.30 Uhr, öffnete er die erste Kiste. Klatscher! Er verstand gar nichts mehr. Schnell öffnete er die nächste. Treiberschläger? Was hatte das zu bedeuten? Die letzte Kiste öffnete er dann ohne große Hoffnung. Schnatze! War ja klar! Kopfschüttelnd besah er sich die wenigen Stücke näher. Warum hatte man sie in dieser Kammer versteckt? Könnten die Umhänge unter diesen Stücken liegen? Behutsam hob er einen Schläger aus seiner Verankerung. Aha! Seitlich war ein Schriftzug zu erkennen. Viktor Krumm. Schnell besah er sich einige andere Stücke. Sie waren alle mit Autogrammen berühmter Creditspieler versehen. Auch wenn er langsam den Eindruck hatte, seine Zeit zu verschwenden, räumte er die Kisten trotzdem alle aus und überprüfte sie sorgfältig auf Geheimverstecke. Nichts! Enttäuscht räumte er alles wieder auf seinen Platz und legte die Zauber darüber. Er würde dies nach der Beendigung seiner Ermittlungen melden, da es verdächtig nach illegalen Verkäufen aussah, aber ihn brachte es nicht weiter. Schon wollte er sich aus der Hocke erheben, als ihm ein Stück von einem Sicherheitsband ins Auge sprang, das sich normalerweise auf den Transportkisten befand. Es schien jedoch nicht von den drei Kisten zu stammen. Sie hafteten alle noch an ihrem Platz. Seine Augen huschten über den Boden. Da, direkt neben Kiste Nummer drei. Man konnte es nur im Halbschatten sehen. Schleifspuren Richtung Wand. Aufgeregt hob er den Zauberstab und prüfte das Stück Band auf dem Boden. Tatsächlich, es handelte sich um einen Teil der gesuchten Transportkiste. Aber was hatte es mit den Schleifspuren auf sich? War der Teil hinter den Kisten etwa keine echte Wand? Adrenalin durchflutete ihn. Fast wäre er vor Aufregung umgekippt. Er atmete durch und hob den Zauberstab. Reprehendo magicae signature. Ein rechteckiger Teil der unteren hinteren Wand leuchtete in verschiedenen Farben auf. Anscheinend lagen einige ungefährliche Zauber auf ihr. Schnell holte Draco seinen Notizblock hervor, riss ein Blatt heraus und formte es zu einer Kugel. Dann warf er die Kugel zu diesem Teil der Wand. Sie prallte allerdings nicht ab, sondern verschwand einfach. Draco lächelte. Eine magische Illusion also, wie er vermutet hatte. Was lag also hinter dieser Wand? Als er einen beiläufigen Blick auf seine Uhr warf, keuchte er erschrocken auf. So spät schon? Er musste die ganzen Zauber wieder auf die Kammer legen und würde gerne einige Stunden Schlaf bekommen. Andererseits hatte er genauso wenig Lust, die ganze Arbeit von heute erneut zu machen, denn diese Spur musste er unbedingt verfolgen. Konnte er es wohl riskieren, seinen Kopf durch die Wand zu stecken? Dann würde er beim nächsten Mal vielleicht von dort aus weiterarbeiten können. Unruhig warf er einen Blick zur Tür hinüber. Er hatte sie geschlossen, damit er sich im Notfall tarnen konnte, falls jemand sich ins Büro verirrte. Alles war ruhig. Sollte er es riskieren? Was würde ihn wohl auf der anderen Seite erwarten? Erneut lauschte er. Stille. Kurz entschlossen schob er die Kisten beiseite, setzte sich auf den Boden, rutschte zur Wand hinüber, sprach Protego und steckte den Kopf durch die Mauer. Dunkelheit. Er schloss die Augen, blinzelte und versuchte, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Es änderte sich nichts. Mit einem Seufzen zog er auch seinen Zauberstabarm durch die Öffnung. Die leuchtende Kugel, die ihn schon vorhin Licht gespendet hatte, folgte ihm. Endlich konnte er sich umsehen. Ein schmaler Gang, so niedrig, dass man nur kriechen konnte. Seine Euphorie fiel in sich zusammen. Plötzlich war er furchtbar müde. Sollte er jetzt ernsthaft durch die Dunkelheit kriechen? Am Ende würde er es gar nicht mehr schaffen, die ganzen Zauber wieder auf die Tür zu legen. Schon halb entschlossen, den Rückzug anzutreten, sah er sich ein letztes Mal um. Doch Moment, was war das? Rot und weiß. Ungläubig blinzelte er. Tatsächlich. Ein Stück Sicherheitsband lag da ganz hinten im Gang. Er konnte es gerade so noch erkennen. Ohne viel nachzudenken, schob er sich ganz durch die Öffnung und kroch darauf zu. Ob es sich wirklich um dasselbe Band handelte? Wie seine Analyse gleich darauf bewies, war die gesuchte Kiste tatsächlich in diesem Gang gewesen. Er kroch weiter, den Spuren am Boden nach. Ein schwacher Geruch lag in der Luft, der sich mit dem von Staub, Schimmel und Erde vermischte. Er war aber zu schwach, als dass er ihn identifizieren konnte. Verdammt war er müde! Unterdrückt gähnte er, bevor er weiter kroch. Als der Gang je vor ihm endete, war er im ersten Moment perplex, entdeckte aber gleich darauf die Eisenstäbe in der Wand. Eine provisorische Leiter führte nach oben. Er stöhnte. Das konnte einfach nicht wahr sein! Ein Heben des Zauberstabs bestätigte seine Vermutung. Der Weg war noch lange nicht zu Ende. Er sah nur eine Leiter, die in die Dunkelheit führte. Wieder ein Blick auf die Uhr. Mitternacht war schon vor einer Weile vorbei gewesen. Er konnte den Schlaf streichen. »Für eine schnelle Aufklärung!«, seufzte er und zog sich hoch. Irgendwann verlor er das Gefühl für die Zeit. Auch die Orientierung hätte er verloren, wenn er sich den Weg nicht notiert hätte. Er wusste ebenfalls nicht, wie oft er heute schon zum Stärkungstrank gegriffen hatte. »Dieser Tag ist eine Ausnahme!«, schwor er sich selbst. »Morgen werde ich wieder etwas Richtiges essen. Ich werde eine Pause machen und mir von einem Restaurant in der Nähe etwas holen.« Sein Weg war so plötzlich zu Ende, dass er es erst gar nicht begriff. Er stand wieder in einer Abstellkammer. Nießend befreite er sich vom Staub und blickte sich um. Die Kammer ähnelte in ihrer Art fast allen, die sich im Ministerium befanden. Wo war er nun? Auf leisen Sohlen ging er hinüber zur Tür und drückte die Klinke hinunter. Offen! Ein Glück! Trotzdem öffnete er die Tür nur stückweise, achtete auf seine Umgebung. Am Ende hatte jemand hier beschlossen, Überstunden zu machen und entdeckte ihn noch. Er hatte keine vernünftige Erklärung parat, was er in einer unbekannten Abteilung so spät nachts noch machte. Erleichtert registrierte er den leeren Raum. Ein Großraumbüro. Es war ziemlich aufgeräumt hier. Ein paar prüfende Blicke und einige Akten später war er sich sicher, dass es sich um die Zentralverwaltung handelte. Hier würde er also morgen ansetzen können. Mit einem letzten Schluck Stärkungstrank machte er sich auf den langen Rückweg. Ende Fall 7 Teil 1